Zur Lage der Nation. Welcome to the German Spring Park. Dich überfordert das alles ein bisschen im Moment, was da abgeht? Ich mache es so. Schau, der Neoliberalismus ist schon sehr lange unterwegs. Das Neo, das Neue am Liberalismus war, dass nicht mehr Menschen befreit werden, sondern bloß noch das Geld. Das erleben wir heute ja. Ja, also gut. Das ist schon sehr, sehr lange absehbar. Die Kriterien wurden entwickelt unter dem Aspekt von New Public Management. Man muss irgendwie anders, eben neu, das Public, das Öffentliche managen. Das ist unzweifelbar. Auch so die globalen Herausforderungen, wir nennen sie heute Ökonomie, Ökologie und Kommunikation, dass der Nationalstaat nicht die ideale Lösung ist. Das wissen wir im deutschsprachigen Raum schon ein bisschen länger. Deshalb überrascht es auch nicht, dass aus dem deutschsprachigen Raum und auch nicht aus der Schweiz, dass da neue Modelle daherkommen. Überraschend ist einfach, dass jetzt diese direkte Demokratie sich selber abgeschafft hat. Darüber habe ich ja mit Prof. Dr. Rainer J. Schweizer noch einmal gesprochen. Also Covid-Gesetz stellt fest, dass der Bundesrat selber die Kriterien festlegen darf, nach welchen er regiert. Und PMT vorher erlaubt der Regierung, dass sie Kritik präemptiv, nicht nur präemptiv, wegmachen kann. Das sind natürlich an der Urne abgegebene Momente. Sie nennen das Demokratie. Wenn Demokratie darin bestehen würde, dass das Volk die Regierung legitimiert, dann würde auch der Kim in Nordkorea keine Probleme haben. Das könnte er jede Woche einmal abfragen und er würde immer wieder mit 66% Stimmbeteiligung zu 80% gewählt werden. Also gut. Das ganze Ding ist implodiert und umgestellt. Und ja, das ist alles kein Geheimnis. Geh auf die Seite dort, wo Marc Waldram koordinieren ist. Er macht das in einem grossen Team. Der Bundesrat in der Mitte, der Think Tank Web daneben, beste Software, Palantir, Big Pharma, Big Banking, Universität ist dabei, Nationalfonds, Schweizerische Nationalfonds. Alles mit dabei. Alles explizit. Ist nicht kompliziert. Nein. Also ich finde es nicht kompliziert. Also seit Jahren so gewollt. Ich finde es nicht kompliziert.